Kommen wir mal erst auf, jetzt ist ja hier im Moment nicht da aufgehend. Wo ist die denn noch? Jetzt hören sie so, äh. Ja, allerdings war Frau, aber das sind ja auch. Ah, okay. Ah, okay. Das ist halt echt, echt, ich bin so, dass ich auch klar fliegen kann. Ja, okay. Wie viele Leute, die sind die schwarzen Lothären.